Okay, die Dose auf die Herdplatte stellen und auf Stufe 5. Wird schon klappen. Ah, geil, die Bohnen wirken schon. Wäre schön, wenn wir den da unten zusammen platt machen könnten, aber... Naja, aber leider sind wir ja kein Team mehr. Nee, leider nicht. Tja. Aua, Aua, bin gerade mit dem Auge an der Felskante hängen geblieben. Das war ein doofer, ein Gedanke. Oh, eine Kiste, da wird bestimmt was Großartiges drin sein. Uh, hast dich gefreut. Ich war ganz aufgeregt gerade, was in der Kiste drin sein mag. Ach, der ist schon tot. Oh. Ja, Skiller halt, ne? Hm? Magst du den Hintergrund gerade? Findest du den gut? Ja, sieht interessant aus. Ich weiß auch, warum du das fragst. Warum? Naja, du fragst halt. Weil du bist ja ein Freund von Felsen. Ja. Was denn? Ich mag Felsen, ja. Felsen, super. Ich fahre auch immer nach Felsenki in den Urlaub. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, ich bin auch bester Skiller beim Treffen. Ja? Hast du gerade nicht gesehen, wie ich den Eiskeil von allen Seiten bearbeitet habe? Nee, oh. Ah, du musst dich heilen übrigens. Ja, du musst dich heilen, das ist ja geil. Oh, hier wird's gra... Mein erbrochenes Schmeckner Müller Milchreis. Oh, Alter. Gleich hast du. Ach, wie geil. Nun, ich habe das einmal überrechnet. Und sie sind ja eine Frau. Alter, das sieht aber geil aus. Irgendwie cool. Der Roboter und der Doktor. So. Kofi-Husten. Ich wollte jetzt einen kleinen Klack auf die Beine oder so. Kniescheibe. Das war der Warnschuss. Ah! Ich muss leider mal, ich muss unseren Kodex ganz kurz brechen. Ja. Warte. Ich bin längt. Ich bin längt. Oh, oh, oh. Alter. Oh, Gott. Mein Pilz ist erschlafft. Oh. Tobi? Hm? Mach dich mal nackig. Äh, bitte was? Mach dich doch mal, du bist doch ein... Oh. Waffen. Ja, Waffen und vielleicht auch mal irgendwas, dass die uns nicht so damage machen, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So sagt's. chemicals. So, der sieht doch gut aus. Wir haben im Sonnen-System... Oh, 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 oh... Ja, ich weiß. Ja, ich geh ja auch öfters in den Zwinger-Gluchten. Ich weiß, ich weiß. In den Hundezwinger. Nein, Alter. Zärtliche Gynäkologen. Oh, von Magie, ne tolle Idee. Ja, ja, ich auch, ich auch. Hieling, das sind nur den Hielingarten. Da oben, guck mal, da oben. Meine Eltern, deine Eltern. Geil, da freu ich mich. Endlich hab ich euch gefunden. Ich bin es, euer Sohn. Vielleicht moderieren die da oben grad ne Show. Koffer-Hoffer. Das, ich mein, das, der Staubsauger heißt ja so, weil er eine saugende Tätigkeit vollführt. Mit 5000 Watt. Das heißt, der stülpt sich doch einmal um, oder nicht? Ja, eigentlich, ah, nee. Das will ich, Alter, da will ich überhaupt nicht drüber nach. Das ist ekelhaft. Einfach nur. Oh, Gott. Hey, schickes Springseil. Alter. Ja, Hosenträger sind ja wieder modern. Na? Ähm. Na? Deine Mutter ist ein Planet bei Starbound. Ich fände es natürlich auch befremdlich, wenn mir irgendeine Frau übers Gesicht lecken würde. Irgendeine Fremde schon, ja. Ja, ja, mein ich ja. Das stimmt, das stimmt. So. Also, bei der eigenen Mutter ist es ja normal, wenn man sich schmutzig gemacht hat, weißt du? Du hast da was. Äh. Warst du schon mal auf einer Pornomesse, Tobi? Ne. Ne? Brauche ich auch nicht. Hm. Wie? Brauchst du nicht? Also, ich muss ehrlich sagen, ich fände das bestimmt mal interessant, aber ich glaube, ich würde mich schon schämen, wenn ich da bin. Könnte ja mal mit den Super-Homies hingehen. Super-Homies auf der Venus. Ich glaube, da krieg ich den Walle nie wieder runter, Alter. Habt ihr was gegen Katzen? Habt ihr was gegen Russen? Habt ihr was gegen Hammer? Habt ihr was gegen Weidwurf? Ja, ein Baseballschläger, eine Shotgun. Boah. Was? Bist du Kapitalist? Ein Schwein? Ja, bis zur nächsten Folge und... Ich war gerade im Cockpit. Kommst du nachher? Im Cockpit, das ist der Bruder von Brett Pitt. Oh, im... Was? So. Was? Kennst du nicht Cockpit? Das ist so ein Porno-Darsteller. Ja, ich wollte gerade... In die Richtung wollte ich auch gerade gehen. So, ist das Savanne? Ja. Tobi, was... ...müssen? Alter! Der dümmste Roboter der Weltgeschichte. Das darfst du... Die Folge darfst du keinem zeigen. Wir müssen... Wir müssen da rüber! Wir müssen da rüber! In Berlin könnten wir so eine Bank ausrauben. Komm, Tobi! Tobi, komm! Wir sind fast drüben. Drieben. Oh, so viel Kohle da oben. Oh, so ne Scheiße! Hättest du mir blödschen Kömpers gekauft! Ich hoffe, man hört mal ein dramatisches Atmen. Ja, Matske. Sehr gut. Habt ihr einen Staubsauger, Mikkel? Oh Gott! Was denn? Nee, da kann ich schon gar nicht mehr ernst bleiben. Das geht einfach nicht. Was? Oh Gott! Ich stehe da gerade vor wie der... Wuuuuh! Ja! Huiiii! Das Staubsaugerrohr mit Fleisch besitzt. Äh... Pfuuu! Mh! Ene mene Grütze! Ich kack dir auf die Mütze! Weißt du? Ja, das ist ja schon wieder cool. Das würde ich mir schon wieder anhören. Was? Ach so! Weißt du, das ist so Agro Berlin 2.0? Die Kitze Neuköllner, den! Ene mene Entenspeck! Ich bin cool und du bist wack! Wehti, wehti, wehti! Oh Gott! Die Vera ist auch lesbisch, ne? Ja, 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 ja. Ah, okay. Die zeigt nicht nur mit dem Finger auf alle Sachen und sagt Fäkalien, sondern die ist auch lesbisch. Fäkalien! Hallo Tobi! Hi! Ja, das war ne kurze Freude. 73? Alter! Wie ne Blechkiste! Alter! Du siehst aus! Was ist das denn? Du müsstest dich gleich in Dosenöffner holen! Oh, ist das scheiße! Mal ganz kurz nur... Deinen Schmelzvorgang unterbrechen, weil... Mh! Ihr schaltet ihn kurz in die Werbung! Oder wie mein Freund Chewbacca sagen würde... Mh! Ach stimmt! Ich sag mal Mh! Ist aber falsch! Der sagt ja wirklich Hurr! Hurr! Kann das gar nicht! Das ist ein Rapper! Hurr! So! Äh... Ich verliere mein Gesicht! Robert M! Das Opfer! Tobi? Hm? Tobi? Was? Hn? Hä? Hn? 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 Mittag. Vera macht Mittag, Alter. Hier, Vera macht Mittag. So. Komm, wir lachen. Das ist bescheuert.